Bei vier Jungs und drei Mädchen sind in der Familie Duncan jetzt die Männer in der Überzahl. Aber heißt das auch, dass sie jetzt auch mehr zu sagen haben? Hey! Oh nein! Amüsiert mich! Die haben uns beide ausgetrickst. Das war gut, Mami. Ich weiß. Meine Schwester Charlie. Die neuen Folgen. Montag bis Freitag, 15.20 Uhr im Disney Channel. In der neuen Staffel setzen Fingers und Ferd nochmal einen drauf. Hey, Ferd! Phineas! 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 Phineas und Ferd! Hannes! Harry, peri! Harry, H-P! Oven, Spitz! Jufa! Jufa! Balci! Balci! Isabella! Phineas und Ferd! Phineas und Ferd! Phineas und Ferd! Aber, aber, aber... Und... Vorhang! Die neuen Folgen Phineas und Ferd. Montag bis Freitag, 19.50 Uhr. Nur auf Disney XD. Achtung! Hier kommt Mickey. In den brandneuen Mickey-Maus-Cartoons. Ja! Mit Mickey. Mit Goofy. Ist das nicht toll? Donald und Daisy. Donald! Ah, ja, Schatz. Und Minnie. So, wie du ihn magst. Oh, Mickey! Du bist doch der Beste! Mickey-Maus. Jeden Samstag, 18.25 Uhr im Disney Channel.